herzlich willkommen zur weiteren folge hier auf dem marsch wir werden jetzt mal gleich die paletten aus holen aus der fabrik da ja noch ein eine erhöhte nachfrage besteht nach heizmaterial das werden wir jetzt wissen mal erfüllen denn wir wollen ja wissen auch noch verdienen wir haben jetzt ist man kannte aber wir haben auch schon also die müssen ja nach und nach weg so drei noch dann fahren wir mal schnell zum heizkraftwerk ist ja fast um die ecke und verdienen ein bisschen geld nebenbei ne auf dem feld kann man eh noch nichts machen da ist noch mal so kalt wir fahren jetzt mal schnell und vorsichtig zum heizkraftwerk die kurven haben in sich, die fallen mal leicht um vielleicht schon wurst brachten äh gutes geld ein aber wir müssen mal sehen dass wir noch ein bisschen mehr geduld haben bei den schweiden weil die waren ja lustig rein die hätten noch paar kilo haben können mehr ne also deswegen die nächste lieferung muss warten aktuell ist aber drinnen die produzieren fleißig die haben gerade alles gekriegt verpackung und äh äh der paletten haben sie bekommen von daher ist da genug da den nächsten zwei tagen wieder schweine transportieren mittlerweile haben wir nachkriegt also der stahl wieder voll die 90 tiere und dann muss ich ja nicht aber diese 86 tiere die ich da weg gibt nicht viel 80 tiere entschuldigung die sind immer noch hier drin als ferkel aber schon recht große verpackungen zu sein hat ja kein platz also ich muss uns so umschneiden aber auch noch mal größer aber mal schauen wann ungefähr im musee meine schon zurückgezahlt kriege so klingelt wie eine kasse das sehe ich auch liebst wenn das geld mehr wird wer ist da nicht der meinung na gut mir konnte es auch mal lieber und so schnell gehen würde aber tage vergehen noch nicht so schnell also hier ist ein viertel jahr ein paar tagen rum also in drei tagen das kann man ja nicht vergleichen wenn ich jetzt überlege viertel jahr hätte ich auch meine so nix also viel nicht aber dass das wäre es wäre schön wenn das im jahr kommt würde wäre auch gut aber das bei weitem nicht also auch wenn ich jetzt grob beschlage nee das komme ich nicht hin aber ich muss zu sagen ich verdiene schon ganz gut also es geht es geht ich würde mir nicht beklagen also zahle ich gut so machen wir auch für ein paar stück 20 wieder stellen wir uns hier auf also mit lohn kann ich mir echt nicht beklagen noch mal erfahren das ist gut dieser stroh müsste ich mir eigentlich mal durchringen dann könnte aber produzieren aber wie gesagt jetzt im sommer sollte ich eh keine verkaufen verletzt man jetzt das ist nicht notwendig so kommen wir dran ja die ersten folgen war richtig gezogen ne weil ich nicht in stimmung war so ein bisschen aber jetzt ne wo die folgen fast fertig sind könnte ich noch ein paar machen aber ich will noch ein paar andere folgen machen aber erst mal ein paar folgen bearbeiten das ist ja auch noch richtig die ob die nase pellets ja das wunderheizstoff ich bin gerade schocken aber da gab es noch nicht im video internet der hat geschimpft der hat so ein kleiner ofen gehabt da ist der motor durchgebrannt der hat jetzt die bude von abgebrannt ne das ist mir auch so teuer das zeug also der ofen kostet ja vermögen dafür wenn du so einen normalen ofen kaufen willst ne also sinn macht es ja wenn sie diese abfälle die sie haben dafür nutzen würden ne aber ich weiß nicht er ist also schön sauber da gibt es keinen gestanden kein nichts kein feinstaub ne und dann die dinge genutzt werden ne ich meine gut wenn holz vorhanden ist äh gibt der holz äh ob sie jetzt zum beispiel durch den borkenkäfer äh rausschneiden müssen oder totes holz eigentlich kann man es ja vervorragend vernehmen ne da braucht sich keiner beklagen oh die können bäume ne na na ist nicht so also so aber wie er da meine man sollte doch lieber gleich von vornherein bauen wir das ganze neben den ofen rein werden das ist doch sinnvoller als man das häckseln würde so äh nur ein bisschen geld einmal kann man noch fahren da hat sich das fast gelohnt ne aber wie gesagt Hackstüssel können wir da nicht rein fahren das ist zu schade da müssten wir immer das Papper anpflanzen ne ja müsste man ne muss ich mal schauen das wären die Schulden bald weg ne und bleibt ein bisschen mehr wie zwei Millionen einmal noch dann haben wir zwei Millionen nur Schulden eine Million zurückgezahlt mit mir kommt keins der nächst Milch haben wir noch für Angebot einmal Milch verkaufen mal schauen als nächstes dass wir den Wasseranhänger auskippen ne auch hier ein Wasseranhänger für mich auch hier ein Wasseranhänger für mich auch hier ein Wasseranhänger für mich ich glaub der ist da aber wir werden mal sehen aber der müsste eigentlich schon leer sein normalerweise da krieg nur elf raus ne hier steht nur ein Weg da ist der Lkw in dem Bereich wo er nicht soll ja leer Paletten müssen wir auch hinfügen dann müssten wir eigentlich so aufladen dann und Geisterhand so dafür durch list Dkw voll Dkw voll Dkw voll gut dann werden wir gleich mal losdüsen dann können wir nur einmal fahren oh den Scheiß aber gut mal 80.000 wäre dann fast verdient nochmal ne so aber liefern ja nie die Paletten zurück die Brüder die verbrennen ja alles muss ich mal die Preise erhöhen das kein Pfand mehr sondern Verkauf Absfeld ja Ölmüll rücken bauen ne aber das ist nur richtig aufpassen 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 nicht so schnell fahren aber der Brotter ist auch nicht fast belastet man das ist ja nicht ganz komisch dabei der ist bei Leistung nur bei 60% So wir da! Und abladen! Das ist doch ab und zu, ne? Ja, Bäume sind auch nicht. Aber fällt mir heute aber keine mehr. Das machen wir nicht mehr. Weil wir hätten Langeweile im Frühling, das könnte sein. Aber zur Zeit eher nicht. Ja, schönes Geld. Klingt besser, ne? Ja, schönes Geld. Ob man aus Holz alles machen kann, ne? Schönes Geld. Ob die Kinder von allen schulfrei haben. In Deutschland ist von allen überall Schule. Ende. Ansteckungsgefahr. Ja. So ein... Gläuter Virus, du. Ja, ist nicht gut. Haben die Chinesen gesagt, dass wir ein Amerikaner herkommen. Und alle... Ne, alle. Ja, ob das stimmt, ist ja auch ne Frage, ne? Ob das nur mit Absicht gemacht wurde, oder wenns gemacht wurde, mit Absicht, oder unaatsichtlich. Die meisten denken ja auch, dass es kribbeln, ne? Also die Symptome sind ja ähnlich. Aber ich mache das ja nicht verrückt. Trinkt ja eh nix. Jetzt wollen wir sicher, dass die Birne heiß machen, deswegen, ne? Das bringt doch nix. He! In den Läden haben sie Klopapier ausgekauft. Was für ein Blödsinn, also Klopapier. Denken sie eigentlich ein Durchfall, oder was? Kommt... So, bitte einmal noch. Kriegt's doch gar nicht, da tut er sich nicht an. Einmal noch, ja damit gut, jetzt gehen wir los und fahren das entsprechend zur Verwertung ne, zum Heizen und dann werden wir noch sehen, in der nächsten Folge Milch verkaufen. Ich hätte mit der Produktion viel früher anfangen müssen, aber ich finde es ein bisschen unrealistisch, ne, weil ich ja als Bauer ja eigentlich genug zu tun habe, in einer Produktion, die dann rumsteht und nichts tut, ist dann blöd, ne. Aber gut, also spielen, ne, darf man nicht so ernst nehmen. Ups, die Zaun kaputt gemacht, die, he, he, reparieren. Holz ist im Wald. Kannst hingehen zum Baumarkt neu kaufen. So. Jetzt die Lieferung. Mehr habe ich nicht. Wir dreichern müssen, so. Und dann können wir gleich wieder Milch verkaufen und dann kann man gleich die Schulden zurückzahlen, ne. Also, dann kommen wir unter 2 Millionen Schulden. So, die Schauer, das soll es vorgewiesen sein. Und dann sagen wir mal schön Dank fürs Reinschauen. Ja, mal tschüss und Winkelwinkel, tschau, tschau. Wir machen gleich weiter mit Milch. Und dann, ja, mal sehen, ne. Was wir noch machen können. Da können wir mit dem Düngen gleich beginnen können, ne. Teoretisch wäre ja bald möglich. Plus Eigenrat haben wir jetzt, ne. Also, ich fahre jetzt mal zum Hof zurück und dann nehme ich euch dann bei der Milch aufladen wieder ab. Tschüss und tschau, und danke fürs Reinschauen, tschüss. Tschüss und tschüss.